Hallo und herzlich willkommen zu den Formel 1 Talkers. Ja, wieder von den Testtagen werde ich heute berichten und zwar heute Testtag Nummer 3 in Herres. Ja, der Testtag war davon geprägt, dass es anfangs nass war und somit, ja, die Strecke nicht natürlich voll ausgefahren werden konnte. So konnten allerdings immerhin die neuen Regenreifen getestet werden. Was auch viele genommen haben, es wurden viele Runden gefahren, muss man sagen. Insgesamt 688 Runden, das ist viel für so einen Testtag. Und auch viele Teams haben gut getestet, zum Beispiel auf Williams, die heute die Bestzeit hatten mit Massa. Was am Ende möglich war, da am Ende kurz noch die Supersoft gefahren werden konnten, weil es dann doch etwas trockener wurde. Schwierig war es allerdings wieder für Red Bull, wieder Ricciardo konnte heute nur 9 Runden drehen. Renault generell nicht auf der Höhe momentan, also die Renault-Motoren haben wohl noch Probleme, denn Mercedes belegt die ersten 5 Plätze bis auf Platz 2 von Ferrari, ist der genommen von Alonso heute. Das heißt, bis jetzt sind nur die Mercedes und der Ferrari-Motor auf dem Stand. Die Zeit 1.28 Uhr war heute die schnellste, ist wieder 11 Sekunden langsamer als letzte Saison. Wobei natürlich heute noch die Nässe dabei war, also bis jetzt noch lange nicht auf den Zeiten der letzten Saison gekommen. Ich bin mal gespannt, inwieweit wir da noch hinkommen. Wird eigentlich besonders erst bei den ersten Rennen natürlich interessant. Momentan geht es ja mehr um die Technologien zu testen, wo Red Bull noch große Probleme hat, wo viele Renault-befeuerte Autos noch Probleme haben. Besonders mit der Kühlung ist natürlich auch schwierig. Allerdings, Ricciardo hat es auf den Punkt gebracht, noch geht es nicht um Punkte, noch verliert man nichts, außer natürlich Zeit zum Testen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, die nächsten Tests, ob Renault da mehr zum Fahren kommt, besonders auch Red Bull. Mercedes scheint einen guten Motor gebaut zu haben und auch Ferrari, der scheint okay zu sein. Ja, das war es erstmal vom Testtag, mein Eindruck. Ich denke, Mercedes hat momentan den besten Motor. Bis dahin, sage ich erstmal Tschau.